Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist für viele Paare der größte. Leider klappt es auf natürlichem Wege nicht immer. Dr. Michael Seitz, dessen Hauptfach die Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist, hat, um der Natur auf die Sprünge zu helfen, 2004 die Babywunschklinik in Salzburg eröffnet. Die jeweilige persönliche Situation steht dort im Vordergrund, ebenso individuell sind die Behandlungsmethoden. Im Gespräch mit den Spezialisten erhalten Sie vorab umfassende Informationen über mögliche Behandlungsmethoden, durch die die ersehnte Schwangerschaft erreicht werden kann. Die Bandbreite der Behandlungen reicht von der Stimulation der Eierstöcke bis hin zur Befruchtung der Eizelle außerhalb des Körpers. Eine fast familiäre Atmosphäre, die umfassende Betreuung und persönliche Begleitung tragen zu Ihrem Wohlbefinden erheblich bei. Auf Wunsch können auch psychotherapeutische Begleitung und ernährungsmedizinische Beratung genutzt werden.